Äh, Hallöchen Leute, herzlich willkommen hier bei diesem sehr sehr spontanen Video auf meinem Kanal mit einer Information bzw. mit News, die sich gewaschen haben und mich zumindest in einen absoluten Hype-Zustand verfrachten. Und ich konnte einfach nicht warten, ich musste euch einfach ganz ganz schnell in einem Video diese Information mitgeben, deswegen nehme ich das hier gerade auf und ja, das wird jetzt auch in den nächsten Minuten online kommen, also sorry, falls das hier jetzt sehr unprofessionell und sehr spontan rüberkommt, denn es ist auch sehr spontan und unprofessionell. Warum mache ich das Video? Ich möchte euch zwei ganz besondere Informationen mitteilen, falls ihr es nicht schon selber gesehen habt, vielleicht bin ich auch die erste Instanz, wo ihr das erfahren werdet. Die Wizarding World bzw. Fantastic Beasts hat gerade über Twitter vor ungefähr 10 Minuten den offiziellen Titel des dritten Teils von Fantastic Beasts released und nicht nur das, sondern auch das Release-Datum. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere denken, ja Moment mal Daniel, das Release-Datum, das war ja schon bekannt, also was willst du uns hier erzählen? Ja, das stimmt schon Leute, aber der Film kommt nicht mehr im Sommer raus, er kommt nächstes Jahr im Frühling raus. Genauer gesagt am 15. April 2022, demzufolge wahrscheinlich bei uns am 14. April 2022, das heißt ganze zwei bis drei Monate, ich hab das jetzt nicht ausgerechnet, äh, vorgeschoben. Das heißt zwei, drei Monate weniger warten und damit verkürzt sich auch die gesamte Wartezeit bis zum nächsten FB3-Treffen der DA. Und Leute, wie schon gesagt, der Titel wurde auch schon bekannt gegeben und zwar lautet der Titel The Secrets of Dumbledore. Und wer sich jetzt über meinen italienisch lustig macht, kriegt von mir Klopper auf dem Elbenwahlfestival, Leute. Ich glaub, man merkt es schon, ich bin unendlich hyped, ich freu mich riesig, die allerersten offiziellen Informationen zum dritten Teil. Es ist der absolute Wahnsinn und ich glaube, jetzt langsam geht's wieder los, jetzt nimmt die Wizarding World wieder langsam an Fahrt auf und ich werde auf jeden Fall dabei sein. Auf meinem Kanal werdet ihr alle Informationen bekommen, die es dazu in Zukunft noch geben wird. Ich glaube, wir können uns jetzt alle gemeinsam freuen. Das war's mit diesem Video. Wie gesagt, sehr kurz, sehr spontan, sehr unprofessionell, aber ich wollte, dass ihr das so schnell wie möglich auch auf diesem Kanal hier erfahrt. Und deswegen, ja, musste das jetzt sein. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen, schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder und, äh, ja, ich geh mich jetzt weiter freuen. Ciao, Leute!